Die Posaunen sind ja eigentlich in der Orchesterliteratur eher als Satzinstrumente eingesetzt, meist seltener als Solo. Es gibt immer wieder da, hier und da ein paar solistische Passagen. Aber im Großen und Ganzen ist man gewohnt, eher im Satz zu spielen. Deshalb macht diese Maler 3 auch so einen Spaß, dass man endlich zeigen kann, was man alleine auf dem Kasten hat. Also die Posaune ist da im ersten Satz sehr exponiert. Sie hat ein großes Solo. Das ist eigentlich für einen Solo-Posaunisten nicht unbedingt die ideale Lage. Die Melodie, die man da spielt, ist sehr tief und auch relativ traurig. Ich glaube, der wichtigste Aspekt bei dem Solo ist, das Gefühl dieser Traurigkeit rüberzubringen. Man muss versuchen, einen schönen Ton zu erzeugen, der wirklich auch, ich glaube, der Stimmung dieses Stückes oder vor allem des ersten Satzes entspricht. Ich freue mich auch natürlich unwahrscheinlich mit seinem tollen Dirigenten musizieren zu dürfen, der mir auch die Freiheit gibt, dieses Solo auszuspielen, es eigentlich zu genießen. Deshalb habe ich mich auch explizit für dieses Projekt entschieden. Ich freue mich auch nicht. Ich freue mich auch nicht. Ich freue mich auch nicht. Vielen Dank.